Hey, okay, ich gebe kein Kommentar ab, wenn du mir fragst, ob es mir gerade gut geht. Mein Kreis weiss und weiss nicht, denn weiss, wo nicht dazustehen. Kacke ist am Dampfen, bringe die Stadt wieder auf die Mappe. Langsam auf dem Weg, zu was mir zusteht. Meine Stadt zeigt keine Liebe, weil ich mit Räumchen Rap nichts zu tun habe. Und deine Stadt hasst mich wegen irgendwas mit Fussball. Du sagst dein Lulu, aber manchmal braucht es ein bisschen Mut halt. Und bin ich bald on top, dann ist es sicher nicht ein Zufall. Seit der Kündigung von 9 to 5, arbeite ich 8 to 10. Das sind nicht einfach Rhymes, das ist Skill, die du nicht hast. Du bist gefrustet, weil dich keiner so wirklich kennt. Und wer dem wieder schuld ist, nicht du selber, sondern Autotune und Lobby treffen. Du hängst an Cyphers mit einem Haufen Dudes, die Hobby rappen. Ich mache Sidequest, überrabe und ich toppe dein Level. So dermassen fest, nach meinem Partner machen wir Fotos zusammen. Du bist so scheisse, wack am Mic, es muss die Gogo cancelen. Ihr sind Losers, über 30 ohne Erfolg. Ich plane Movement und zwar Schweiz wie Doppel nächstes Jahr. Du bist am Shooten und es pfittet, so wie Airsoft. Deine schlechte Laune kriege ich raus mit Kliperwoll. So easy. Die Release von heute ballert hart und fleislig. Ich bin im Studio und mache Hits mit Black Tiger oder Gigi. Lauf durch meine City und du meinst, es ist Prime Shakiri. Ich mache das Ding hier eigentlich nur aus Lust und Liebe. Und glaube mir, irgendwann zahlt das Ding hier meine Miete safe. Bald durchgespielt das ganze Game. Es fehlt mir nur noch Gold und ein Feature-Song mit Play. Okay. Und manchmal fühle ich mich ein bisschen wie Drake. Einfach in viel Ärmer mit, keine Klicks und wenig Fame. Ich gehe von Basel in die Schweiz, so wie Beat Jans. Bin bereit und attraktiv, so wie Beat Jans. Setze die ganze Industrie mit Kli Rap in Brand. Und mache dann noch einen Popsong, der textlich wankt. Kriege Props von ausserhalb, doch geht es dann um die Sache. Heisst es Bro, sorry, leider geht gerade nicht. Doch geil, wie du es machst. Ich habe es checked, nimmt es in die eigene Hand. Ich habe es checked, ich muss es machen, so wie keinem in Basel. Ich habe es checked, mit gewissen Sachen bin ich allein. Ich will mehr als nur ein paar Batschen in meinem Sack für harder Times. Darum pushy Levels. Und eigentlich wäre das Schluss gewesen. Aber Fabio wollte halt drei Minuten Muni. Kurz im Zug hier der Partner musste rauspressen. Jetzt auf Krampf, na overkillen, schau, es muss nicht besser. Das ist Schweiz-Rap auf dem Sender. Man trifft sich in einem Keller. Schiesst sich auf einen Teller. Und fragt sich, wann ist es schneller. Metaphorisch gesprochen, man konsumiert sich selber. Und weckt im letzten Siphon bei der Boundstreicher sein Gelder. Doch du hast schon einen Plan, wenn es in einem Jahr mit der Musik nicht klappt. Du machst auf Hochdeutsch, weil du so noch viel mehr Reachen kannst. Ich sage, im A&R von Majors ist man gleich, wie du es machst. Wenn halt nicht mit stetigem Release, dann halt über Nacht. Das ist dann schau mal, wie es funktioniert, Typeshit. Dann ich bestelle mein Uber auf, aus vis-a-vis, Typeshit. Dann ich bin für grosse Bookings nicht divers genug, Typeshit. Dann los mir zu, wenn ich da 80% wieder heim schicke, Typeshit. Whoo! Yay! Whoo! Yeah! Yay! Wie war denn mit Tromm meantime nicht so einv crucifix?